Hey, schön euch wiederzusehen. Es gibt diese Woche eine neue Nummer 1 und am goldenen Mikrofon mit mir ist Ciara. Ciara, I heard you're really interested in German politics, aren't you? Yes, I'm really into the German politics and I really, really want to meet the German Chancellor. Oh, that's your chance. We invited him for you. Nach Schli-Schnasch-Nappi kommt jetzt Schli-Schnasch-Schröder, der höchste Neuensteiger diese Woche, die Gacho. Liebe Kinder, zwischen den großen Landtagswahlen, bei den 13 roten Haushaltszahlen, da regierte ein winzig kleiner Bundeskanzler und der sang. Ich bin Schrödi, dein Albtraum in Zivil und ich schnapp mir alles, was ich will. Ich piss den Bürgern kurz ans Bein und dann, dann schlaf ich einfach ein. Schli-Schnasch-Schrödi, Schrödi-Schrödi-Schröpf, Schli-Schnasch-Schrödi, Gerhard Schröder-Köpf. Du Schrödi, meine Eltern haben den ganzen Tag tatsächlich mit mir zu spielen. Ja, das hab ich gemacht. Das nennt man Arbeitslosigkeit. Ich bin Schrödi, dein Albtraum in Zivil und vom Versprechen verstehe ich sehr viel. Was ich verspreche, wird leider selten wahr, ist eigentlich Logo, weil's nur ein Versprecher war. Oh ja! Schli-Schnasch-Schrödi, Schrödi-Schrödi-Schröpf, Schli-Schnasch-Schrödi, Gerhard Schröder-Köpf. Du Schrödi, meine Oma kann sogar ohne Zähne essen. Ja, das hab ich auch gemacht. Das nennt man Rentenreform. Ich bin Schrödi, dein Albtraum in Zivil und ich kürze euch alles, was ich will. Schlipp, schnapp. Ihr kriegt Rente, glaubt ihr, ich schmeiß mich weg. Rente war gestern, ihr kriegt nen feuchten Dreck. Petsch. Schli-Schnasch-Schrödi, Schrödi-Schrödi-Schröpf, Schli-Schnasch-Schrödi, Gerhard Schröder-Köpf. Und wenn er nicht gestorben ist, rasiert er euch noch heute. Dankeschön, danke. Schli-Schnasch-Schrödi, do you like it? That's lovely. Sechs goldene Schallplatten hat Elmer Brandt mit der Gerhard-Show schon abgesahnt. Mal sehen, ob es mit Schli-Schnasch-Schrödi für eine Siebt erreicht. Schön, dass du hier bist. And now it's time to check out the official Chart-Counter. Yes, everybody check out the best-selling Tracks of the week. Und hier sind die Top 10 der offiziellen deutschen Single-Charts. The Game ist Mitglied der Street-Gang Cedarblock Piero Blutz. Sein Kennzeichen dort ist seine Baseball-Kappe. Zusammen mit 50 Cent und How We Do steigt er in dieser Woche von der Elf auf Position 10. Die Chemical Brothers sind sicher, dass das Geheimnis ihres Erfolgs darauf beruht, dass sich die beiden mit jedem neuen Song selbst übertreffen wollen. Gesagt, getan. Galvanize holt sich die neuen. Kreativ. Ich fand mal eine Halskette, die ich mir nie leisten konnte. So toll, dass ich mir ein Bild davon ausschnitt und die ganze Zeit mit mir herumtrug. So Chips-Sängerin Rochelle. Platz 8 für Chips in Black. Der Produzent unserer heutigen Co-Moderatorin Sierra, Jessie Farr, hat bereits bei Tracks von Aaliyah, Outkast und Nelly erfolgreich Hand angelegt. Und auch diesmal hat es wieder funktioniert. One Two Step klettert auf die Sieben. Kay Morrow ist stolz darauf, bei Top of the Pops gewesen zu sein. Ich habe mir die Show immer im Fernsehen angesehen. Jetzt ist es cool, selbst dort auf der Bühne zu stehen. Platz 6 für Fum Like You. Kein April-Scherz. Fettes Boot traten am 1. April vor ca. 3000 Fans im Hamburger Hauptbahnhof auf. Dabei gaben sie neben ihren alten Hits auch ihre aktuelle Single Emanuela zum Besten. Position 5. Nena gibt zu, selbst ihr größter Fan zu sein. Wenn ich morgens joggen gehe, höre ich immer mein Album und entdecke oft Dinge, die ich so von mir noch gar nicht kannte, gesteht die Sängerin. Liebe ist, steigt auf Platz 4. Sarah Connor muss in dieser Woche die Spitze der Charts abgeben. Für From Zero to Hero gibt's diesmal Platz 3 der offiziellen deutschen Single-Charts. 50 geht auf Nummer sicher. Bei Promoterminen lässt sich Cortis Jackson alias 50 Cent ständig von 4 Leibwächtern beschützen. Mit Olivia und Candy Shop geht's in dieser Woche rauf auf Rang 2. Die Spannung steigt ins Unermessliche, denn es gibt diese Woche eine neue Nummer 1 und die tritt natürlich jetzt gleich hier auf. Sarah, thank you for being here. It was lovely working with you. Thank you, I had fun with you too. I don't want to leave. Hope to see you again then. Yes, I hope to see you too. Okay, cool. Thank you. Und jetzt kommen wir zur neuen Nummer 1 der Woche. 18 Jahre alt, aus dem starken Mario mit Let Me Love You. Okay, viel Spaß dabei, macht's gut als nächstes Samstag und tschüss. Top of the Pops, let me hear y'all make some noise. Come on y'all. Hey ladies, can I love you? Baby, you should love me, love you. That's all you need, baby. Thank you, Top of the Pops. Bye.